ich hab tapete geschenkt bekommen was sollte ich bitte mit einer tapete 683 ja ich kann mir endlich was leisten ich bin ich bin okay aber ich habe immer noch keine bei mir ich bin glaube ich bei seinem zuhause guckt also 20 gegründeten fisch müssen wir zubereiten nein jetzt schon hörte leise in den er klingt wird die leise ja das ist der jünger urlaub klingt gut urlaub klingt immer gut die zehn fische angeln ist bei mir weg ja bei mir auch dafür brauchst du jetzt 20 die grillen muss aber noch keine farm quota ja ich hatte auch nicht um acht erst die kommt um acht kommt er kommt die post vom bürgermeister um acht uhr ein fernseher brauchen wir der küche brauchen ich verkaufe jetzt die tapete ja 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 genau so warte mal die tapete mache ich hier rein ja ich muss jetzt ich hole jetzt als erstes mal die pickaxe von von schreffen zwei gänseblümchen neun uhr neun uhr da steht da schon drin der mann macht die tür auf macht jetzt muss ich noch anderthalb minuten warten sieben uhr neun dreißig ja ja ich dachte noch neun auf neun ja eine minute war ja bin fleißig am pflanzen andrena fleißig am pflanzen aber ich muss ja ich muss mein ding ich gehe jetzt erst mal meine pflanzen ließen ja zum fertilizer get an ex heißt das geld muss ich die machen oder bekommen bekomme bekomme heißt das kann man kaufen kaufen kann ja das wird die auch ganz ja im bonzer bekommen also du musst dich schon kaufen ja ich bin fast kaputt weil du müsstest ja dann praktisch ein anderes haben eine säge haben aber macht sich dann wolf mit der mit der holz dings ja ist so an dies sind ja nicht achte schon meine katten mal die mutter bei mir gießt die letzte kartoffel nicht obwohl ich so weiß ich nicht die gießkanne ist voll ich habe es gerade gefüllt eine energie mehr und das ist auch noch ganz hell ja nicht dunkel das ist ganz hell ja was ist mit kupferakt hallo was ist jetzt schon passiert irgendwas stimmt nicht sorry ja ich komme ich mal zu dir gucken ist okay ich kann das noch ein ärger ich habe jetzt die liefertüte gekriegt also ja letzten tag schon gekriegt schon vor langen ja und dem dem ich die liefern soll der kommt ums verrecken nicht aus seiner hütte raus gestern mittag ist er da drin das natürlich nicht so gut ich habe drei vier von congratulation competition äh farm quota gekriegt pickaxe gekauft jawohl warte mal good working nice work getting yourself on axt jaja bla bla hallo neighbor will come to pumpkin great story and easy kill my name is easy kill blablabla gut gut okay so wollen wir gucken was ich hier hast du mal nach der rausch und der drückung geguckt bei ihr habe ich schon das ist ein anderes problem bei mir immer noch oder was geht es jetzt deswegen rufe ich dich solange du redest ist kein hall drauf ach so aber ja schön gruß an dein männlein und sorry dass ich das nicht gleich gelesen habe und wir macht euch einen schönen abend dankeschön fürs reinschauen dann kann ich jetzt keine pickaxe kaufen wieso habe ich drei mal zucker rübe wo habe ich die denn hier du kommst klar ja ich habe fünf hamburger gekriegt von wem die denn ja die hast du mit der post bekommen und fisch curry habe ich ja 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 aber das kriegst du glaub ich nur als host denke ich mal ich habe die verkaufen ich glaube für die hamburger kriegst du richtig gutes geld 140 pro hamburger na das ist doch nicht dann ist der ist der aber da hat sich die preise reduziert früher hat man glaube ich also wenn du die kaufs bezahlt sie glaube ich 300 10 ich verkauf den ganzen kleiner raddatsch glauben also ich also ich habe zwei er hat mir eine tüte für die schwester gegeben für die wg die ist wahrscheinlich im kloster ja also ich habe zwei briefe ja ich habe eine von bischof gerade noch bekommen habe gerade pick 6 pickaxe bekommen ich auch okay ich habe auch eine pickaxe ich muss erst mal ins bett ich habe aber ich glaube ich auch noch angeln gehen ach ja die steckt hier in der treppe felspanzolonen schläfen die um die zeit noch ja ja die schnappstrasse hoch und guck mal wer da oben ist so schaut mal na alles gut ehemann gehst du mal bitte mit jan in extra kanal ich schiebe ich ja mal ganz hoch und 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 er war doch was er hat das passwort nicht ach so natürlich ja machst du da das ist cool ja zwei stunden ach mal die fische sind auch weg jetzt die quest ist weg mit den 20 ja 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 das was kann sein was passiert wenn man endet der nette trinkt ja du wirst aufgefüllt da sagt ja auch über ja das stimmt aber john anschein hat leider das echo drauf ich werde sie mal ein bisschen leise packern so laut ich höre sie meistens immer leise ja liebe gritt herzlichen glückwunsch ja danke ich habe schon stress jahren ist erst ihr herzlichen glückwunsch voll wenn ich das gewusst hätte bist du moderatoren geworden ja das moderatoren ja schön schön das ist cool ja finde ich auch sehr schön das ist cool ja da kann man nur gratulieren tatsächlich sagt sie auch nicht so dann muss man hier ganz vorne anfangen ja 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 ganz von vorne ja ganz von vorne warte mal ich gehe erst mal angeln eigentlich wollte ich mich jetzt erst um meine farmquota kümmern aber ich glaube ich gehe jetzt erst mal angelt hier hast du die sachen hier nicht rausgenommen aus der mülltonne ich hatte ich hatte rausgenommen ach so weil da ist was drin ja ich hatte gerade eben drei leeren und eine volle okay ja dann nehme ich das ist das okay ich habe dafür schon die mine freigeschoffelt und du bist aber fleißig ich habe noch nicht mal alles angepflanzt ich bin ich habe auch noch nichts angepflanzt ich kümmere mich jetzt erst mal um die anderen aufgaben für die farmquote hat man glaube ich immer noch genug zeit ja aber doch jetzt haben für die leise jetzt haben so ja klar das mache ich zuerst die mühle ja aber ich meine jetzt so das ist ja das ist ja pickaxe kannst du gleich machen grillet fisch kannst du auch machen fertilizer kannst du machen ja den musste kaufen weil der quatsch bei sebastian bei sebastian ja aber würde ich nicht machen der ist so teuer da steht nicht wie viel man machen muss also von daher den einigen kann man sich leisten glaube ich ja ja ich habe zwölf gold in der tasche ich kann mir das noch nicht leisten das kommt alles mit der zeit ja klar irgendwann das ist immer dass wir am anfang denkst du so oder geht ja gar nichts gar nichts aber jan wie ist das für dich back to basic zurück zum anfang es ist gerade ungewohnt ich stehe gerade vor einem rätsel also bitte nicht schoko schoko braun ja das war witzig wer das nicht mitbekommen hat das muss ich gleich mal die info weitergeben weil ich youtube kanal bringe als wir das getestet haben mit so vielen leuten hat der jan sich ziemlich dunkle hautfarbe hier hingestellt und dann haben wir ein foto gemacht da waren nur seine augen zu sehen das war so witzig das war rostimor ja das habe ich mal wieder zurück bist du schon in der miede mir ich habe sie freigeschauft und tue jetzt wieder energietank denkt ihr dann dass ihr gegen abend zum in der nähe von einem bett seid ja bis wann müssen wir da im bett sein bei mir glitscht das gerade ganz böse glitscht glitscht ich weiß nicht was das ist ich lauf hier jetzt nicht guckst du auch mit deinem ich fliege bestimmt gleich raus also vermute ich mal das sind immer 20 ok ah ja jetzt geht aber ich werde nicht fische die grünen die mehr als 20 kosten das war dieses die grünen die grünen die grünen die grünen die mehr als 20 kosten was war dieses zweimal wo was zieht man da an ja das ist eine gute frage zehn zwölf dreizehn vierzehn die grünen zwei klingen jetzt bei mir gemacht oje an dieses mikrowellen geräusch werde ich mich niemals gewöhnen also ich stand gerade eben auf meinen feldern zum gießen wurde an meinen brunnen zurückgeschoben das ist mir auch passiert ja ich liege grad die ganze zeit durch die gegend also das ist irgendwie grad den kompliziert ja das wird was denn äh saltcatch spielt beim kinder ist ja ich bin rausgeflogen wahrscheinlich oder auf jeden fall was weiß die neu reingekommen nee ich bin die ganze zeit schon drin ach das ist doch ja ja das ist ja ja 13 15 16 17 ich muss noch drei fische und da muss ich mal gucken welche ich davon nicht grillen kann ich habe lauter fische die unter 15 kronen jetzt kann ich kann nicht mehr gießen das ist ja auch gar nicht ich muss versuchen doch mal aber gemacht hast die kann auch voller wasser gemacht ja 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 mussten noch mal füllen dann geht's ja mal gucken nee er nimmt das fett nicht mit das ist ja alles doppelt ja so was geht denn jetzt denn grit redet ja ich bin kratz ich bin kratz äh doch ich stehe neben meinem körper ehrlich leute ich geb das wieder ab das geht so nicht wie was gibst du wieder ab ja können wir darüber reden ok so dann wollen wir mal gucken Cheppe ob wir jetzt mal was verkauft die sieben können wir schon mal grillen so ja ich brauch mehr grillen was ich eigentlich hier machen kann ich grillen also ich hab zum beispiel das problem ich kann bei Cheppe nichts kaufen wieso nicht ja der sagt ja hallo neuer freund und was er gute werkzeuge hat aber ich kann nichts kaufen noch mal ansprechen ja mach ich habe ihn jetzt zweimal angesprochen aber er verkauft mir halt nicht ne er sagt nur seinen text weiter klicken weiter klicken weiter klicken ne geht nicht ne geht nicht über Kanale ich warte jetzt ich weiß vielleicht geht das nur einmal pro Tag also kann ich mir zwar nicht vorstellen aber ne ne dauernd irgendwie was verkaufen ja eigentlich schon ne aber das geht jetzt wirklich tatsächlich nicht ui ui ja 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 ich hab jetzt 20 Grill Chicken hab ich jetzt äh Grill Chicken Grill Fisch ja gritt ich geb dich rief ziemlich einmal runter in AFK ne ja user was moved out of your channel so ich hab die 20 das ist gut ich bin beruhigt ich hab noch nicht mal die Fische ne die die Fische hab ich noch die 10 ja und dann werde ich mich werde ich jetzt das Altglas wegbringen und die Gummireifen und dann das Altglas das Altglas das Altglas ja ja zum Container ja ich hab extra großen Container zu Tiara ich werd Tiara heiraten was haltet die da jetzt kann ich ihn wieder nicht angeln Marce ach ist sie jetzt wieder da oder wann ist das jetzt gerade oder ich sollte mal ein Inventar lernen ich bin auch toll bist du jetzt wieder da ja 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 ok ich musste nur noch mal kurz was schreiben ich renne jetzt der Miri Miri gehen wir gehen wir angeln oder wo gehen wir hin äh ja das wollte ich jetzt gerne tut genau ich komm mit jetzt seh ich auch wieder endlich da so aus wie ich gehöre ich bin ich wieder in meinen Klamotten ja Visina kommst du jetzt weiter oder kommst du nicht weiter hast du die zwischenzeitlich verloren oder was ja langsam aber äh ich war grad eben zwischenzeitlich außerhalb meiner Klamotten hallo äh ja dann ja ja ich muss meine Kamera jetzt wollte ich den Fisch in den Dings machen ich wollte jetzt in den Recyclingautomat den Fisch schmeißen ja auch eine gute Idee ja Katrina vielleicht kommt eine Konservendose raus gell Katrina ist umweltbewusst genau das ist ja schön das hab ich jetzt in der Woche hab ich das gelernt wie umweltbewusst ich bin irgendwo hier oben wieso der Sohn hatte Mülltrennung und so weiter in was war das Natur und Technik nee Kochkurs oder keine Ahnung irgendwie irgendeinen Kurs äh da mussten wir jetzt mal auseinander tüteln wo welches was in welchem Müll kommt mhm 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 ja 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 Katrina bildet sich die Klassenniveau oh da ist auch dein Spaß gell ei 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 ein Turm das glaub ich dir oh ah du ich sprüße das echt gut dann erstmal angeln was äh äh ich hab ein Pflichtbrötchen gegessen iiih ja das hab ich gekriegt von irgendwen ach so irgendwo kam das jetzt her er guckt ja auch immer schön in die Mülltren gell was nein die sind immer leer natürlich ich hab doch das Zeug gerade in den Dings gebracht Miri bist du schon angelt? die Mikrowelle schon wieder fertig ja ich lauf schon mal hoch Ballim Ballim ich bin müde und ich hab nix zu essen ich glaub das ist keine gute Idee zu angeln warte mal ne das ist wahr was hab ich denn da? Gardinen die kann ich verkaufen heute Abend wo wir ja mal schlafen gehen ja ich würde auch sagen ganz ehrlich ja also man kriegt die Energie gar nicht mehr hoch ich lauf jetzt zurück genau Piranha ich hab schon alle schlafen du bist da ach Jan ist ja jetzt gerade na her na her mach es doch nicht von einer Brotterkartoffel Zuckerrüben Steck also ich lauf zurück Mary weil ne ich bin auch auf Energy ganz schön Andrina kannst du gleich mal wenn du unterwegs bist gucken ob du bei Cheffe noch was kaufen kannst äh der Laden ist zu hast du schon mal auf die Uhr geguckt? es ist gleich 18 Uhr achso ne hab ich nicht jetzt sehe ich auch hättest du auch richtig mal wirklich mal mit Blick auf die Uhr werfen können echt ja aber ehrlich jetzt ne tauchst auch wirklich in die Wurzel nix ey natürlich nicht ach man ich hab schon wieder meine Mikrowelle ey so viel wie meine Mikrowelle blinkt kann ich gar nicht essen ey blink 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 aber wenn man dieses Fisch wo man gegessen hat dann geht was angelschneller aber ich schlag gerade Holz das ist ja cool irgendwie falsch gelaufen jetzt hab ich mich schon wieder verlaufen immer wenn du mit irgendwas Punkte machst wahrscheinlich genau aber mit was macht man dann die Punkte ich renne hier irgendwie Holzsacken zum Beispiel und auch wenn du so Aufgaben erledigt ich hatte vorhin ganz viele Punkte den Tag davor also da hab ich so ein paar Aufgaben erledigt dann kriegst du Reifen geht es Hormel geht es Meld der guck 30 20 Fisch ich bin irgendwie falsch gelaufen ich wohne hier und verirr mich ich bin irgendwie heute nicht äh so ganz verirr mich hm hm ich hab jetzt eine bessere Angel hm das ist toll das ist toll Silberang kann ich auf die Holzange ich muss 50 Fische angeln wahrscheinlich wieso kann ich hier nicht runter was ist denn da nicht richtig wirst du die besseren Sachen durch das erledigen von diesen Aufgaben das ist durchaus richtig also ich hab jetzt eine Sim Miri weißt du wo wir lang müssen ach hier okay du musst eigentlich nur über die Brücke drüber ich mach die ja auch grad müssen wir über die Brücke wir sind nicht über die Brücke gekommen ich komm komm wo bist du halt 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 ja umdrehen 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 mir nach krümmschopf hinterher bitte danke ja ich komme ich folge dir unauffällig also das ist ja cool mit dem anderen Helmut vielen Dank für deinen Fall du musst nur da rüber danke schön und dann Berg hoch ach da bin ich zu Hause vielen Dank guck mal genau bitteschön ach mein Elemental ist voll bravo dann musst du einmal oben über die Tierfarm drüber dann bist du da rüber ja ich weiß aber ich hab das vergessen so ich geh jetzt Richtung Bett wie siehts bei euch aus ja ich lauf grad auf Meisteckangerein vielleicht bist du denn bist du mir in dem Haus drin